Ja, kann sich Madame ja so lange die Füße vertreten, wie sie es ja schon gesagt hat. Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwöre es, wenn da ein Zombie um dich gehst. Wie kommt der jetzt auf Zombie? Natürlich, da kommt gleich ein Zombie so. Das war jetzt nicht meine Absicht. Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Ich schwöre es, wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Dann ist da... Was ist die pakistanische Flagge? Was macht die denn da? Oh, shit, 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 shit. Okay, die indische und noch irgendeine. Die... Also die rot-blaue kenne ich nicht. Okay. Nicht, dass hier gleich irgendwelche Nachschung auf uns war. Hangeln wir uns einfach mal rüber. Hopp. 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 Ja, Treffen ist eine Kunst. Ich bleibe hier draußen noch ein bisschen hängen. Immerhin, wir haben ihn gesprengt. Oh, noch eine Granate. Granaten können wir nie genug haben. Okay, es geht nach unten und es geht nach oben. Ich nehme mich erst unten um. Oh, eine West-Kaliber. Yeah. Die sind so selten hier im Spiel. Deswegen nehmen wir sie auch vorsichtshalber mal mit. Weil das ist eine Magnum. Bei Waffen wechseln können wir Theo. Der Tisch. Immer noch. Ich denke, da werde ich wahrscheinlich rüber kraxeln. Hier drüben! Wupp! Kommst du denn weg, mein Süßer? Was jetzt? Du bist tot! Nein, du bist tot! Das habe ich nie offiziell gesagt. Achso, da hätten wir abkürzen können. Schreckt mich doch nicht so! Nee, die Moss wollte ich behalten. Ich wollte eine Defender dafür. Ich weiß jetzt noch nicht, wo einer... Sorry. Ist ja auch egal. Denn wir wissen alle, egal ist egal. Und ja! Ich hätte aber so belusten... Hast du was gesagt? Nate? Du hast mich doch nicht etwa vergessen? Wie kommst du denn darauf? Na. Ich könnte Chloe doch niemals vergessen. Noch mal gleich. Ich probier an. Und... Oh. Glück. Gleich geschafft, komm. Ja, die Leiter hab ich ja gerade gesehen. Und hoch mit dir. Na, das fängt ja an dir Spaß zu machen. Äh, Leiter, bitte runter. Danke. Ich glaube, die ganzen Leitern hier installiert. Mit Karate-Kick. Ein Pool! Da will ich rein. Hey, check it out. Marco! Wirklich? Na, kaum. Nein. Marco! Nice! Das sind sogar Trophäen im Spiel, das ist ja das Witzige dabei. Marco! Polo! Landratte! Du bist so unfassbar. Können wir das auch mal spielen? Marco Polo. Nice, nice, nice! So, äh... Und wo haben wir jetzt diese tolle... Aussicht? Hm, eine kaputte Bar. Oder müssen wir hier noch irgendwo auf dem Dach kraxeln? Sie müssen kaputt da drüben aus. Nochmal! Tja. Was jetzt? Spiel? Ein Hinweis bitte? Ein Tipp? Okay, hier lang. Ah, okay. Und noch mehr klettern. Ja, so ist das doch immer. Wir vereibern mal gerade so das eigene Spiel ein bisschen. Damit wir... Wie ist der hier hochgekommen? Der Besitzer... So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, Bingo. Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? Ach, war ja klar. Nate, da hält sich Lazarewitsch auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Dreh vor den Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Statt durchkämmen, finden und aushalten. Oh, dieser verdammte Mistkerl. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate, wir müssen weiter. Okay. Ja. Verdammt, wie zur Hölle sollen wir da rüberkommen? Äh. Ich hab so eine leise Idee und einen leisen Verdacht, weil hier hängt doch nicht umsonst ein Bierkartolz. Verdammt, kurz auf. So ein Mist. Oh. Shit. Hier, schaff's, ich geb mir die Hand. Geh schon. Los, weiter. Ich hasse es, wenn ich laufen muss. Wenn ich laufen muss, dann muss ich spitzen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dropkick. Der eine hatte doch hier ne Schrote. Sollen wir weiterlaufen, Chloe? Ja, wir laufen einfach weiter. Nein, ich lebe noch. Alles okay? Ja, alles okay. Dann lassen wir erstmal Feuer, der macht gleich ne Feuerpause. Und Bäm. Die Schrote ist gut. Nicht bestes Modell, aber passt schon. Und da. Die Schrote ist gut. Und tausend! Verdammt, was tun die da? Das ist nicht gut Oh, Mist Ja, das kannst du auch mal laut sagen Wie bin ich denn jetzt gestorben? Mist Mist Verdammt, was tun die da? Das wird nicht gut Mist Es stirbst ein Scheiße Da waren wir beinahe drin Da waren wir beide mal drin Ha, 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 ha Drake, dein Humor, ne? Ha, 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 ha Muss ich dazu versagen? Hier lang, na los Okay, nach unten geht auch schlecht Jetzt nehmen wir hier die AK-47, wenn ich hier den Gegner finde, der einen hat Na, ha, 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 ha Oh! Geschafft. Schöne Sache. Ich sehe sie! In Deckung! Oh, shit! Nein! Sie sagt nein und der Gegner lacht.